Ball ist bei Fächter, wilder Dreier, wilder Dreier, nee, der ist bei Kreisheim, woher ist, oh, der schickt Trouble Darden, oh, das ist so viel Zeit, die gerade von der Uhr runter geht's. Fünf Sekunden, auch Ballgewinn, Kreisheim, wilde Schlussphase, Trouble Darden, 102 zu 93, die Hako Merlins aus Kreisheim, gewinnen das Spiel gegen Rastorf Fächter.